Es wird natürlich ein Riesenspektakel und ich persönlich hoffe, dass ich dort an meine Limits gehen kann und vielleicht den zehnten Platz von Peking 2008 verbessern kann. Ein Finale wäre natürlich ein Traum. Nicht vergleichbar mit jedem anderen Wettkampf, das ist das, wofür jeder im Schimpfsport, aber ich glaube auch in anderen Sportarten träumt, um dort in erster Linie dabei zu sein. Und dann aber, wenn man schon dort ist, möchte man auch sein Bestes abliefern und dass die Ergebnisse auch dementsprechend gut aussehen.